Mittwoch, 23 Oktober, 21 Uhr, GUSB, Misserza, Inter gegen Borussia Dortmund, 2 zu 0. Samir Anwafik, Diko Diko Godin, Stefan Dejari, Milan Marquiner, Roberto Galini, Kvavo Azamaha, Nicolo Bebala, Akelo Botsofic, Antonio Caneva, Romelu Lukaku, Latro, Matzenis, Roman Burgi, Aschref Hakami, Niko Schulz, Mats Hummels, Manuel Akani, Thomas Gelani, Julian Brandt, Axel Witsel, Julian Wickel, Yadon Shancho, der auch durchgeht, hasse, hasse, hat, sagt, 21 Uhr 50 Klick. 2